Einen wunderschönen und ich begrüße euch zurück bei meiner Tutorial Serie Schritt für Schritt, in der ich euch das PlayStation Menü, oder besser gesagt XMB näherbringe, euch alles erkläre und zeige und hast mich gesehen. Und wir sind mittlerweile endlich mal bei Spiele angekommen. Gut, und dann würde ich jetzt auch mit der Einleitung beenden, weil ihr wisst, worum es geht und ich mache einfach weiter. Also wir haben hier, das sieht aber kacke aus. So könnt ihr ja nicht wirklich sehen, was das Ordner sind. Wartet mal, ich muss mal vorher noch das Design ändern, weil so bringt das herzlich wenig. Machen wir dann hier. Gibt da irgendwo noch ein PlayStation Plus hier drauf. Ja, PlayStation Design. Wo ist mein Drache eigentlich? Bei meiner PlayStation eigentlich so ein geile Drachen. Drache, da ist er drauf. So, gefällt mir der Tisch schon viel besser. Wird, man sieht auch nicht wirklich einen Unterschied, aber so. Doch, man sieht die Ordner halt anders. Also, wir haben als erstes PS-Vita-System-Anwendungs-Hilfsprogramm, oder so. Ja, keine Ahnung. Da steht jetzt zwar, dass mein Account ist, Odin tut, aber da ist nichts drin. Also da muss wirklich was von den Vita denn später drin kommen. Ich habe keine Vita, ich kann es euch echt nicht erklären. So, dann haben wir das Spiel-Daten-Dienst-Programm. Das habe ich am Anfang immer sehr durcheinander gebracht. Hier ist praktisch alles drin. Habe ich gedacht, ist falsch. Hier sind die Spiel-Daten. Also das installierte Spiel ist hier drin. Ja, hier zum Beispiel LittleBigPlanetCard, herunterladbarer Inhalt. Das ist, weil ich die Beta gespielt habe. Da kann ich euch Informationen zeigen zum Beispiel. LittleBigPlanetCard, herunterladbarer Inhalt. Wann, welche Größe und Version ist logischerweise es ist eine Beta. Da steht keine Versionsnummer da. Das ist das, was ich in dem Tutorial heruntergeladen habe. Ich habe hier diese Playstation-Movie-Dinge, Darksiders, Mortal Kombat, Infelms. Ja, nehmen wir mal Infelms. Infelms 2. Information. Warum das jetzt alles so durcheinander ist, weiß ich aber auch nicht. Mal gucken. Endlich. Wenn ich das mal anders anordne. Jetzt habe ich meine Ordnerstruktur, was ich für mein Hauptprofil habe. Ja, ist trotzdem noch so beschrieben angeordnet. Warum, weiß ich nicht. Nehmen wir einfach mal hier Sancho. Information Sancho. Hier seht ihr zum Beispiel Sancho und Bandit erstellt wurde und Version steht auch nicht da. 18.1844 KB. Also praktisch zwei. Ja, da sieht man aber auch nicht. Das sind die Spieldaten. Hier sieht man Sancho und Bandit. Hier habt ihr zum Beispiel Uncharted 3. Information. Uncharted 3. 600 NW KB. Version steht komischerweise oben nicht da. Obwohl jetzt schon Patches gekriegt hat. Und das ist rein die Spieldaten, die installiert werden. Und dann haben wir hier aber noch. Ach, hier ist der Patch. So. Information. Und hier haben wir dann jetzt Version 1.15. Größe 343 MB. Ja, das ist der Patch. Und zwar vom 24.01.2013. Das heißt nicht, dass der Patch am 24.01.2013 rauskam und 17 Uhr noch was. Das heißt, da hat meine Playstation immer runtergeladen. Beziehungsweise ich. So. Hoppala. Ich werde raus hier am Ausfall sind. Aber bei manchen Spielen ist es halt so direkt drin. Hier ist Call of Duty. Können wir da mal gucken. Vielleicht steht es da. Ja, da steht es da. Da ist alles eben. Ja, das kommt immer drauf an. Bei manchen Spielen hast du dann halt mehrere. Bei manchen hast du nur eins. So wie jetzt hier bei Call of Duty. Da steht ja zum Beispiel da. 252 MB. Und unten runter Version 2.0.7. Und dann haben wir hier noch Allstar zum Beispiel. Allstar sind auch zwei. Ja, das seht ihr ja. Redet um. Das ist um 5.04. Information. Das ist Version 1.07. 500 MB. MB. 1.01.2013. So. Dann haben wir hier noch. Information. 1.01.2013. Zehn Minuten später. Aber ohne Version Nummer. Das ist. Keine Ahnung. Was der da aktualisiert hat. Also manchmal sieht man. Und hier ist schon wieder ein Uncharted. Information. 500 MB. Ohne Versionsnummer. Ich sehe manchmal. Ich habe hier wie gesagt. Am Anfang Leute. Habe ich hier auch nicht durchgesehen. Normalerweise dürfte das auch nicht so durcheinander sein. Eigentlich ist das auch ein bisschen mehr geordnet. Naja. Hier zum Beispiel steht es. Zum Beispiel. Twisted Metal Spieldaten. So. Dann gehst du da rauf. Guckst du nach. Das sind 82 KB. Das sind von Twisted Metal Spieldaten. Und da ist nochmal Twisted Metal direkt. Das ist der Patch. Mit 54 MB. Okay. Das heißt hier ist das. Was ihr installiert. Wenn ihr die Blu-ray rein macht. Das ist das. Das sind die normalen Spieldaten. Und der Patch ist einzeln. Und manchmal wird der Patch halt damit reingeklatscht. Hier also wie bei Mass Effect. Zum Beispiel. Spieldaten. Herunterladbare Inhalte und Patches. Das ist jetzt wieder. Hier sind so ja die herunterladbaren Inhalte mit dran. Ihr seht jetzt zwar nur die Patchnummer. Aber es ist eine Datei. Die halt. Die jetzt insgesamt 703 MB groß ist. Und da sind praktisch die Patches drin. Und die herunterladbaren Inhalte. Ja. Also die DLCs. Und das ist halt immer. Hier sind schon so zwei. Ich guck ja gerade. Wo ist denn Assassin's Creed 3. Wo ist denn Assassin's Creed 3. Dass ich euch das mal vernünftig zeigen kann. Ach der Shit. Das ist LittleBigPlanet. Das ist mein Profil. Odin 2. Das ist auch nochmal Odin Profil. Das ist LittleBigPlanet 1. Das ist LittleBigPlanet Inhalte. Ja. Hier ist Inhalte. Information. Hier steht direkt herunterladbare Inhalte. Aber. Gute Frage. Wo ist denn Assassin's Creed 3 hin? Habe ich doch auch letztens erst gespielt. Hat doch eigentlich auch eine Installation. Heavy Rain. In Assassin's Creed 3. Da haben wir das. So. Hier haben wir nur eine einzige Datei wiederum. Ja. Die ist natürlich dementsprechend groß. Ja. Weil Assassin's Creed. Äh. Ich habe es ja extra mal vor mir liegen hier. Hat beim Installieren 4,5 Gigabyte. Ihr seht aber, dass es hier weitaus größer ist als 4,5 Gigabyte. Wir sind bei 6,5. Also 6418 MB sind wir. Aber es liegt daran. Wir haben da Versionsnummer 2.0.1. Es gab schon zwei große Patches. Sehr große Patches. Einfach mal bei uns im Blog gucken. Da steht das erklärt. Was da verbessert wurde und so. Und meine DLCs sind hier drin. Da ich ja, wenn ihr YouTube verfolgt und den Blog verfolgt. Ich und der Crazy. Wir haben ja die große Version. Für 99 Euro. Von Assassin's Creed 3. Plus Season Pass. Den haben wir ja auch. Und dadurch wird alles natürlich die DLCs hier drin geladen. Wenn ich jetzt dazu gucke. Was nochmal. Ich habe gestern. Habe ich die Schande runtergeladen. Und gleich durchgespielt. Und Heiko aufgenommen kommt auch heute hochgeladen. Hat alleine 300 MB. Dieses kommt alles mit. Zu den normalen Spieldaten. Also wie ihr seht. Wie die Publisher das machen. Ist denen wohl angeblich überlassen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie es aussieht. Entweder habt ihr eine Datei. Wo Patches. DLCs. Und hast nicht gesehen drin ist. Wie bei Assassin's Creed. Habt ihr ja gerade gesehen. Hier. One Piece. One Piece. Einmal. Und hier ist nochmal One Piece. Das ist. Mal gucken. Information. Ja. Das ist Version 1.0.1. Das ist der Patch. So. Und das wird dann gehen wir die Spieldaten dann sein. So. Ja. 4,0 Watt MB. Ich habe das. Na 4 GB. Ja. Das wird das Spiel. Das installierte Spiel sein. So. Das ist die zweite Möglichkeit. Game of Tron. Hier ist wieder alle zusammen. Mit Patch. Im Patch ist da schon gekommen. Ich habe da kein DLC. Kein nichts. Aber ihr seht. Hier ist der Patch halt mit drin. Und dann gibt es noch eine. Hier in der WWE 13. Das haut natürlich. Bei Save Games haut das natürlich rein. Hier Hitman. Hitman Absolution. Auch alles drin. So. Hier. Seht ihr auch. Gibt halt mehrere Möglichkeiten. Und bei LittleBigPlanet hier unten. Da würde ich jetzt noch extra wieder runterscrollen. Ist es komplett anders. Da habt ihr die Patches einzeln. Die Spieldaten einzeln. Und halt die herunterladbaren Inhalte sind auch in einem Extra-Teil. Da bin ich nämlich immer durcheinander gekommen. So. Spieldaten-Dienstprogramm und Speicher-Daten-Dienstprogramm. Zu Speicher-Daten-Dienstprogramm kommen wir gleich noch. So. Dann haben wir hier Memory-Karten. Dienstprogramm. Ganz wichtig. Reicht ja nicht Memory-Karte? Nein. Man muss ja Memory-Karten-Dienstprogramm. So. Geht man halt wie gesagt hier rauf. So. Drückt neue Memory-Karte. Und jetzt kann man sich aussuchen. Eine interne Memory-Karte PlayStation 2 oder PS. PS ist halt PS1. Können wir jetzt sagen hier zum Beispiel interne Memory-Karte. Die nennen wir halt einfach mal PS1. So. Die speichern wir jetzt ab. So. Interne Memory-Karte wurde Steckplatz 1 zugewiesen. Um Steckplatz 1 zu wechseln. Blablabla. Ja. Ja. So. Jetzt erstellen wir nochmal eine andere. Wir machen jetzt noch eine PS2-Memory-Karte. Dass ich euch das auch wirklich mal zeigen kann, dass das wirklich funktioniert. Also der Chris hat gemeint, ich habe noch kein PS2-Spiel aus dem Store gezogen. Aber der Chris hat gemeint, das brauchst du wohl für die Spiele aus dem Store. Was ich jetzt nicht glaube. Die würde man auch so speichern können, weil die sind ja intern. Ja. 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 Wurde man im Grundeinsatz. Also ich glaube, das ist ein Überbleibsel aus der Fat Lady, weil die konnte ja auch PlayStation 2-Spiel abspielen. So. PlayStation 1 geht immer noch. Die könnt ihr... Ich habe jetzt leider kein PlayStation 1-Spiel hier. Ich habe irgendwo mal ein Yu-Gi-Oh! liegen. Boah. Schein selber eignet. Ja. Ich habe jetzt auch kein Bock zu suchen. Ich habe irgendwo noch ein Yu-Gi-Oh! ein PlayStation 1-Spiel. Das geht wirklich. Ich habe schon getestet. Aber halt bevor ich meine neu gemacht habe. Und ihr seht, da sind keine Daten da. So. Man kann halt mit einem USB-Stick aus dem Netz zum Beispiel PlayStation 1-Spielstände laden. Oder jetzt, wenn man eine PlayStation 1 hat, gibt es ja einen Memory-Karten-Adapter für den PC. Und dann kann man die Memory-Karten, die Speicherstände auf den PC ziehen. Logischerweise auch dann auf einen USB-Stick. Und wenn man das kann, logischerweise USB-Stick in die PlayStation und auf die PlayStation rauf. Ist kein Ding. Also wenn ihr noch alte Spiele habt auf der PlayStation 1, die ihr auf eurer 3 spielen wollt. Oder weiterspielen wollt, weil eure PlayStation 1 ein bisschen ruckelt. Oder ihr wollt die Leser schonen oder sonst was dergleichen. Spiel einfach einlegen. So einen Adapter holen. Und Savegame da raufpacken und fertig ist. PlayStation 2 sieht was anderes aus. PlayStation 2. Ja, keine Daten gefunden. Ist klar. PlayStation 2-Spiele könnt ihr nicht in die PlayStation 3 einlegen und spielen. Ihr könnt euch nur PlayStation 3-Spiele aus dem Store runterladen. Äh, zwei Spiele aus dem Store runterladen. So, jetzt werde ich die mal löschen, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber es funktioniert wirklich. Ich habe es getestet mit meinem Yu-Gi-Oh. Wie gesagt. Und hier haben wir jetzt Spieldatendienstprogramm. Ne, Speicher. Achso, ja, Speicherdatendienstprogramm. Ich wundere mich jetzt, warum das leer ist. Ja, Speicherdatendienstprogramm PlayStation 2. Das ist ja logischerweise eine Ströne. Ich habe kein PlayStation 2-Spiel runterladen. Speicherdatendienstprogramm Minis. Ich hatte Minis, habe auch Minis gespielt. Aber hier, das war immer leer. Warum? Was die B-In-Ordner hier sollen? Ich habe keine Ahnung. So, hier kommen wir jetzt natürlich der Sacheorten her. Hä? Speicherdaten? Wieso sind meine Speicherdaten leer? Ach, ja. Ja, mit dir ist ja mein, das ist ja mein, 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 mein Tut-Profil. Ich habe mir jetzt schon gewundert, warum meine Speicherdaten weg sind. Ich habe ja hier nur Hüter des Lichts gespielt und für euch, um euch das mal zu zeigen und halt einen Gamecheck davon zu machen. Wobei ich am überlegen bin, wann ich da jetzt, äh, vielleicht so ein Let's Play dazu mache. Bei Interesse einfach drunter posten. Mal gucken, ob irgendjemand überhaupt daran Interesse hat. Äh, ist nichts drin. Ich könnte dit jetzt natürlich hier, ja, mehrere kopieren. Gut, kann kopieren und löschen und so. Aber ich kann jetzt nicht zum Online-Speicher hochkopieren, weil dann sagt er hier, ich muss Playstation Plus Mitglied sein. Ich könnte jetzt natürlich auf ein anderes Profil, manche Safe Games sind ja nicht, äh, profilgebunden. Äh, die kann man dann auf ein anderes Profil verschieben und wenn man da Plus ist, kann man sie sich dann halt hochladen. Das wäre jetzt kein Problem. Aber manche sind halt wirklich profilgebunden und die gehen dann halt nicht hochzuladen. Obwohl, wenn du denn natürlich nicht mit dem anderen Profil benutzen kannst, aber kannst du hochladen zum Online-Speicher, kannst du jederzeit wieder auf dem dementsprechenden Profil wiederherstellen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Den Online-Speicher, das werde ich alles, äh, bei Playstation Plus spezial erklären. Da, da wird es am Ende dann noch ein Spezial zu Playstation Plus geben. Das mache ich dann über meinen Hauptaccount und da zeige ich euch die ganzen Vorteile von Playstation Plus und wie es funktioniert. Und das geht jetzt hier leider nicht in meinem Profil vom Tutorial, weil, äh, da bin ich kein Playstation Plus Mitglied. So, den Store werde ich auch nochmal, äh, wenn wir zum Menüpunkt, wo haben wir denn hier, Network kommen und dann im Store sind, dann werde ich das nochmal komplett den Store auseinanderpflücken, euch alle zum Store erklären und zeigen und machen und tun. Wäre blöd Sinn, wenn ich den jetzt hier schon mit drin nehme. Hier habe ich jetzt, äh, das Disc-Symbol. Bei mir steht da jetzt logischerweise Assassin's Creed 3, weil ich Assassin's Creed 3 drin hatte, weil ich ja die Schande gespielt habe gestern und mir, äh, 100% geholt habe. Ja, da habe ich gestern bis heute früh um 2, 3, ja, nochmal die ganzen Missionen in der Wildnis, ihr sucht den Bescheuerter. Weil ich hatte alle komplett nur die Wölfe nicht, ja. So, Singstar. Haben wir auch immer ein Angebot. Hat auch Ton und, ja, ich habe mein Headset gerade nicht auf. Äh, Singstar, ja, da könnt ihr Singstar spielen. Und bei der Anwendung könnt ihr so ja eure Kamera, euer Kameramikrofon benutzen. Das funktioniert auch. Ja, was ich ein bisschen blöde finde, das Singstar, das ist so ein fettet Icon, das passt hier nicht ins Menü drin. Da hätten sie lieber das von der Trophäensammlung, so ein kleine Blaue nehmen sollen oder hier sowas. Einfach nur da so, so wie so ein kleine Vierecke-Symbol und da halt ein Singstar-Logo drin und fertig ist. Aber das, das finde ich hässlich. Das ist viel zu groß, zu klobig, das passt da ins Menü nicht an. Das haben wir halt selten Updater bei dem. Scheiße. So, hier habe ich jetzt meine Ordner, wie ihr seht, die sind jetzt schon benannt. Ich drücke jetzt mal Viereck, wenn ihr Viereck drückt, so, das wäre jetzt praktisch ohne Ordner. Da ist alles untereinander, ist natürlich ein bisschen doof. Und könnt dann halt mit Viereck immer wechseln. So, das ist der Original-Playstation-Ordner. Der wird euch automatisch erstellt. PlayStation und die sind eher im Kreis 3. Da habe ich jetzt 74 Titel drin. Da gehe ich rauf und dann habt ihr natürlich die Titel, alles, was ich jetzt als letztes gespielt habe, oder runtergeladen habe, das habe ich ja noch nicht gespielt. Halt ganz oben und dann kommen halt die anderen Sachen. So. Und das ist meine Ordner. Struktur. Der Crazy Freak, der hat es natürlich ganz anders. Der hat sich wirklich jedes Spiel in eine Kategorie geklatscht, wie Jump-in-Run, Shooter und was nicht gesehen. Sonst, weiß ich nicht, so viele Kategorien, da habe ich ja keinen Bock da drauf. Ich habe mir das lieber so gemacht. Ich habe hier PS3 Online-Spiele. So, da kann ich drauf gehen. Da habe ich jetzt meine Online-Spiele. Sancho. Dann habe ich, das habe ich mir gekauft im Ösing. LittleBigPlanet habe ich als PlayStation Plus Mitglied bekommen. Das habe ich von Chris. Das habe ich auch als Plus. Plus von Chris. Das habe ich gekriegt, weil ich glaube ich Sancho 3 mir damals gekauft habe. Ich habe es ja damals als Vollversion. Ich habe es ja dann noch mal im Store gekauft. Und da habe ich die Version gratis bekommen. Aus Ösingland. Kann ich euch auch zeigen unter Informationen. So, hier steht PS3. Da. Oh, die in Österreich. Da. Da habe ich einen Detail aus der österreichischen, aus dem österreichischen Store gezogen. So, TV Superstar habe ich von Chris. Spiel Second, Mod Nation, LittleBigPlanet und Burnout. So, die sind in meinem PlayStation 3 Online-Spiele. Und warum? Weil das sind alles Spiele, die man online spielen kann. Ja. Ich habe jetzt hier auch ein paar fehlen jetzt. Ich habe jetzt noch nicht jetzt geordnet. Das werde ich jetzt gleich mit euch machen. Ich habe nämlich extra ein paar nicht geordnet. So, jetzt gehen wir hier und drücken Dreieck. Gehen auf Information. Ich markiere einfach das. Und jetzt könnte ich den Ordner umbenennen. Ich will ihn aber nicht umbenennen. Ich sage einfach kopieren. Und ich kopiere mir alles. Das ist, wenn man jetzt mehrere neue Spiele hat, macht sich das wie ich solche Zeige am besten. Damit man auch immer wirklich die gleichen Ordner hat. Weil, wenn ihr die kopiert habt, wenn die PlayStation neu startet, ist das logischerweise gleich wieder raus. So. Jetzt gehen wir hier auf PlayStation 3 Spiele. Hier habe ich jetzt die Spiele, die nicht online fähig sind. In Films, in Films 2. Alles, wie gesagt, aus dem Store. Das ist aus dem US-Store hier. Prototype. So, God of War. God of War 2. Crysis 1. Motorstorm Apokalypse. So. Und das müssen wir natürlich auch umbenennen. Kopieren. Also nicht umbenennen. Wir wollen es einfach nur kopieren. So, gehen wir raus. So. PSN Online Spiele. Da sind dann die PSN Spiele, also die Sony eigenen Spiele, die man so runterladet, die online fähig sind. Also die man zu zweit spielen kann. So. Information. Auch nochmal um. Kopieren. Raus. Einmal zwei andere Sachen. Und hier sind die PSN Spiele, die reinen PSN Spiele drin. Befolgt da mal rein hier. Weg, das schnell mal umbenennen. Also kopieren. Ne, schneller. Also da ist ja zum Beispiel diese Jetpack. Das ist gratis. Das ist nicht nur für Plusleute gratis. Das könnt ihr euch auch gratis runterladen. Plus die, plus da ist in DLC. Das kostet wohl 1,99. Aber sonst ist das gratis. Gehirntrainer. Big Sky. Helia und der tote Garnickel. Scott Pilgrim. Der Film ist gut. Das Spiel habe ich noch nicht gespielt. Babel Rising. Dr. Wu habe ich mir gekauft. Weil ich ja Dr. Wu Fan bin. Da war ich auch am überlegen, ob ich ein Let's Play mache. Aber das müsste ich jetzt nochmal auf schwer durchspielen. Und ich glaube nicht, dass ihr daran Freude habt an einem Let's Play, wenn ich das auf schwer durchspiele. Weil das wirklich ultra schwer ist. Und ich dann bestimmt an manchen Sachen ewig dran hängen werde. Aber eigentlich könnt ihr denken. Ich finde Dr. Wu einfach geil. Die Serie ist echt geil. I'm Alive. Also hier sind halt die Spiele drin. Die nicht online fähig sind. ZZ Retro. Habe ich extra ZZ Retro geschrieben. Weil sonst würde Retro hier irgendwo auftauchen. Und ich wollte das, dass es ganz unten ist. Weil ich hatte hier noch zwischendurch. Hatte ich noch ein paar andere Orte. An Jurassic Park und so. Da war Jurassic Park drin. Und die habe ich jetzt alle gelöscht. Und ZZ Retro. Da habe ich halt mein Beland to Evil HD. Und mein Wolfenstein 3D. Das ist das aus dem US-Account. Und das ist einfach geil. Weil das ist Aspach-Uralt. Ich spiele es wirklich gerne. Weil das war wirklich das erste Shooter, was rauskam. Damals, wie gesagt, habe ich auch noch Shooter gespielt. Ich bin jetzt nicht mehr so der Shooter-Fan. Und einfach nur wegen der Retro. Das ist einfach cool. Also das war ja bahnbrechend. Das Spiel damals. Weil er hat ja ganz neue Horizonte geöffnet. Kann ich euch nur ans Herz legen. So. Da gibt es auch eine gute Demo. Quatsch. Demo. Äh. Eine gute Dokumentation. Oh. Die Hike auf meiner Festplatte. Die ist auch über. Jetzt wo ich gerade bei Spielen bin. Da kann ich euch das vielleicht mal zeigen. Wenn er die Festplatte ach annimmt, heißt das. Jetzt muss ich mal die Festplatte anspringen. So. Also nicht wundern. Ich werde jetzt schwärzen wahrscheinlich. Man muss ja nicht jeder sehen, was ich an Filmen und Dokus habe. Und. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Wo das ist. Ach da. Gamer Dokus. Da haben wir doch. So. Da haben wir doch. Eins bis vier. Genau. Das ist die Gamer. Games Odyssee. Odyssee. Eins bis vier. Heißt das. Da kann ich euch echt nur ans Herz legen. Gibt es auch bei YouTube zu sehen. Also einfach mal gucken. Games Odyssee 1 bis 4. Oder sucht einfach Games Odyssee 1. Games Odyssee 2. 3. 4. Also kann ich euch echt nur ans Herz legen. Ist echt wirklich geil. Das ist jetzt von CT. Das ist. Das ist. Gaming. Ach so. Ja das ist von Assassin's Creed 3. Spezial. Spezial. Passt gut. Müssen wir mal gucken. Ich glaube das war den. Das habe ich mir. Ne. Kann ich gar nicht. Datendefekt. Okay. So. Jedenfalls kann ich euch die. Jetzt wo wir bei Spiele waren. Hat man mal kurz einen Ausflug dahin gemacht. Kann ich euch das für die Retro Abteilung echt nur empfehlen. Da zeigen sie wirklich die ersten Spielkonsolen. Und hast nicht gesehen. Kann ich euch nur wärmens ans Herz legen. So. Aber machen wir mal weiter. Also. Binary Domain. Binary Domain haben wir jetzt gekriegt für Plus. Und das ist jetzt natürlich in dem Unbekannt Ordner. Der Unbekannt Ordner. Der wird automatisch erstellt. Ich habe ja meine Ordner. Die habt ihr hier gesehen. Und der ist automatisch da. Unbekannt. Da kommt alles drin. Was ich neu installiere. Den habe ich nicht erstellt. Den Ordner. Den erstellt das System automatisch. Wenn man sich selber Ordner erstellt. Reicht schon ein Ordner erstellen. Dann kommt dieser Ordner automatisch. So. Wir gehen auf Dreieck. Wir wollen es nicht löschen. Wir wollen es auch nicht hochladen. Wir wollen jetzt einfach mal Informationen. So. Wir wissen bei Nomi Domain. Habe ich mir. Wie gesagt. 318 Tage kann ich es noch spielen. Weil ich bin ja nicht mehr lange Plus Mitglied. Wie gesagt. Ich bin ja nur ein Jahr Plus Mitglied. Und danach kann ich es dann weiterspielen. Wenn ich weiterhin Plus Mitglied werde. Wobei ich am überlegen bin. Weil nächstes Jahr kommt ja die Playstation. In die Ende des Jahres kommt Playstation 4. Wie der damit Plus ist. Ob das übergreifend ist und so. Aber ich denke mal nicht. Dass ich mir Ende des Jahres schon die Playstation 4 holen werde. Ich denke mal. Ich werde noch die Playstation 3 mir holen. Bleiben. Und dann die Playstation 4 mir nächstes Jahr holen. So. Wir drücken Dreieck. Wie gesagt. Information. Album. So. Jetzt brauchen wir. Ich habe ja schon alles kopiert. Gehen wir auf einfach auf einfügen. So. Was ist es? Es ist natürlich ein Playstation 3 Online Spiel. Weil es hat einen Multiplayer Modus. Beziehungsweise. Es ist halt eigentlich die Story nicht. Aber man kann es halt online spielen. Also hat Co-op auch nicht. Also hat einen Online Modus. Und das reicht ja schon. So. Ei. Das lassen wir. Das ist auch so. Model Combat. Information. Das habe nicht ich gekauft. Das hat der Onkel gekauft. Das haben wir uns zusammen gekauft. So. Achso. Bin ich bescheuert. Okay. Einfach da unten einfügen. Und wieder online. Weil man kann es online gegeneinander spielen. Quantum. Das ist ein PSN Spiel. Und es ist nicht online fähig. Also gehen wir nur auf PSN Spiel. Und sagen okay. Und einfach Kreis drücken. Und zack. Weg ist es. So. F1. Grace Dance. Das ist sowieso ein Spiel. Wo ich mich sehr gewundert habe. Nicht dass wir es gekriegt haben. Aber über die Größe. Es ist nur 1177 MB groß. Es ist aber auf einer Blu-Rate. Also es gibt es ja auch als Vollversion. Und da haben gerade mal 2 GB groß. Also das ist sehr verwunderlich. Aber es ist ein PlayStation 3 Spiel. Und es ist online fähig. Also kommt es natürlich. Wo haben wir denn da? Ne PSN. Da. PlayStation 3 Online Spiel. So. Fertig. Crysis 3 Multiplayer Demo. Habe ich mir runterladen. Habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Die God of War Multiplayer Demo. Habe ich auch noch nicht gespielt. Werde ich auch nicht verschieben. Die Dust habe ich auch noch nicht gespielt. Also die lasse ich mal schön drin. Weil die noch nicht mehr gespielt habe. Einen Sniper Challenge habe ich schon gespielt. Das schaffe ich einfach nicht. Die letzte Taube zu erwischen. Die wegfliegt. Also 5 Tauben muss man wegmachen oder so. Dann kriegt man da so eine Errungenschaft. Also das man das halt gemacht hat. Und dann gibt es noch eins. Wenn man wirklich alle Tauben in einer bestimmten Reihenfolge macht. Oder allgemein die Tauben macht. Und dann fliegt eine weg. Und diese eine. Ich kriege die nicht. Und wenn die weg ist. Dann kann ich eigentlich den unten. Sehe ich auch den Mr. X. Habe ja extra gegogelt. Weil ich das nicht gefunden habe. So. Das ist irgendein Programm. Keine Ahnung. Da soll man sich wohl unterhalten können. Ich habe es noch nicht gelöscht. So. Und das ist. Warte mal hier noch. Ach, alke. Das weiß ich ehrlich gesagt. Weiß ich das gar nicht, was das ist. Das habe ich drauf. Aber es ist zu lange her. Ich kann es euch bei bestem Willen nicht jetzt sagen, was das ist. London Playstation Eye. Hat also irgendwas mit der Eye-Kamera zu tun. Keine Playstation Eye-Kamera gefunden. Playstation Eye. Keine Playstation Eye-Kamera gefunden. Playstation Eye-Kamera wird ohne Playstation Eye-Kamera nicht. Achso. Ich habe aber eine Playstation Eye-Kamera. Ach ja, die ist ja nicht angeschlossen momentan. Achso. Aufnahme bearbeiten. Ach, da kann man aufnehmen. Aha. Auch nicht schlecht. Ach, da haben wir es ja. Sound. Okay. Bis 5 Gigabyte. Auch nicht schlecht. Film. Okay. Gut. Also da kann man irgendwie aufnehmen. Also das müsste ich mal mit meinem Hauptprofil, wo ich dann halt meine Kamera auch dann mal überraschen lassen. So. In dem Fall sind wir jetzt hier durch. Wir können ja nochmal hier gucken. Informationen zeigt euch halt, wie ihr sagt nur an, dass er Ordner unbekannt heißt. Mal hier gucken. Informationen zeigt euch halt, wie ihr sagt nur an, dass er Ordner unbekannt heißt. Und sieben Titel. Ich kann auch nur zurück. Im Gegensatz zu dem hier, wenn ich hier auf Informationen gehe, kann ich ihn umbenennen. Aber hier ist nix. Das ist halt systemintern. So. Also ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal fertig. Und als nächstes kommt dann Netzwerk. Gut. Dann hoffe ich hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten.